Ich bin Zuhörer und bin Zuhörer und bin Zuhörer und bin Bokkevi. Werde vom Karten sollte. Werde vom Karpfen? So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was ganz Wichtiges auf den Reich kriegen. Und zwar wollen wir diesen Nachmittag natürlich auch dokumentarisches festhalten. Und zwar ist jetzt die Dame da mit der Kamera? Also die, die eine. Es sind natürlich viele welche. Na, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Kleiner Applaus. Sie steht hier gleich im Mittelpunkt, wir alle von der Karten helfen sich hier vom Hintergrund. Folgt ihr nicht? Applaus! So, wir machen jetzt ein kleines Video und das wird dann quasi im Internet veröffentlicht. Für die Menschen, die heute nicht dabei waren, damit die sich noch besser ärgern können. Da wird es wichtig, dass es funktioniert. Wir positionieren uns jetzt mal hier vorn und jetzt ist es ganz wichtig, ganz kurz mal runter hier, ganz kurz ein kleines Stückchen, das kann ich gleich wiederholen. So, ganz wichtig ist jetzt, egal was ich sage, danach bitte laut jubeln. Wir machen lieber einen Test hier, nicht dass der Film dann voll ist. Ihr seid wirklich ein wunderbares Publikum. Und ich freue mich, dass wir heute das Vergnügen haben, für euch zu spielen. Das habe ich mir im Musikkartenstahl abgedruckt. So, bist du bereit? Maschine läuft, Maschine läuft. So, ganz wichtig ist, damit man das auch sieht, dass ihr dabei die Arme auch hochweist. Das muss ein bisschen kreditisch sein. Ihr wisst ja vor zwei Tagen, äh, deutsche Einheit, so ein bisschen wie beim Begrüßungsgeld. Richtige Emotionen. Richtige Emotionen. So, also, bist du bereit? Ich muss mal kurz den Bildausschnitt sehen. Das muss klappen, das muss richtig, schock muss das aussehen. Also, so wäre ich jetzt zu nah. Aber so würde es gehen, würde es gehen, oder? Okay. Ich komme dann einfach ins Bild und dann geht's los. Ja, du sagst, wenn du soweit bist. Läuft das mal? Du bist soweit? Läuft's schon? Fast voll der Film, oder? Also, möchte ich mal auch anfangen. Gut. Also, ihr wisst, wir zählen auch euch. Wichtig ist, dass du dann wirklich so einen Schwenk machst, dass man alle sieht. Es sollen alle drauf sein, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, dass wir kontrollieren können. Und alle wieder wahr sind. So. Ist es soweit? Krampf tut die Schulter. So ist das Schwenk rum. Hallo, wir begrüßen euch herzlich hier im Kaufpark zu Dresden. Wir sind heute bei einer sehr außergewöhnlichen Veranstaltung. In unserer über 20-jährigen Bandgeschichte sind wir sehr glücklich und zufrieden, dass ein handaläsiges Publikum von Premium A-Klasse Menschen sich heute zusammengefunden hat und diesen Sonntag mit uns hier zu zelebrieren im Zeichen des Rappelrohr der 50- und 60er-Jahre. Das war ein großes Vergnügen, eine Ehre mit meinen, bin ich zu hören, aber machen wir es noch mal. Das ist so, beim Fernsehen, das ist so beim Fernsehen. Das spielt doch keine Rolle. Wie lang soll es sein? Wie lang soll es sein? Zehn Sekunden? Du musst doch aufs Erste aufstellen. Also, Freunde, jetzt ist der Einsatz von Stimmen. Zehn Sekunden. Komm mal ganz kurz, die Zeit haben wir. Wir haben noch Zeit, das ist doch nicht, dass wir jetzt keine Zeit haben. Ich hab doch alle nichts vor, oder? Wer hat noch Zeit, oder? So, bitte Ruhe, aufhören. Ich laufe ins Bild. Das ist ganz wichtig. Bleibt so, ganz stur, so bleiben. Hallo, wir sind die Firebirds und wir sind heute im Kaufpark in Dresden. Hab ich ja Sonntag, die Sonne scheint, merkt man nicht, den Dach drüber. Aber was soll ich, man kann nicht alles haben. Herrliche Menschen, Premium A-Klasse Menschen haben sich zusammengefunden, um den Zeichen des Rappelrohr mit uns zu feiern. Ich bin mit meinen vier besten Freunden hier, in dem Grund gut zu sehen. Die Firebirds, bei über 20 Jahren sind wir am Start und jetzt ist unsere Karriere am Scheitelpunkt, am Höhepunkt angelangt. Wir dürfen hier sein, im Kaufpark, bei diesen herrlichen Renten. Und wenn du nicht dabei gewesen bist, dann denk mal drüber nach. Dankeschön, Freunde.